Hallo liebe Fußballfreunde, meine Meinung von Ansbach. Eigentlich finde ich jedenfalls das Regionalliga, das wird lange da unten bleiben, kann ich euch sehr schön sagen. Ja, jedenfalls ein viel zu kleines Stadions, muss ein neues Stadion bauen, das ist teuer, das weiß ich auch, teilweise vieles muss neu sein. Und Ansbach, das waren vier Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen. Das Ausgleichen, das eigentlich sehr gut ist, das eigentlich sehr gut sind. Regionalliga Bayern, der Bälleplatz 13 und Punkte 44. Landespokal Bayern, erste Runde. Na gut, bezieht mal. Ob das nicht weiterkommt. Ist ein kleiner Dorf oder Stadt, keine Ahnung, kann ich gerne euch mal in den Kommentaren schreiben. Was Dorfklub ist oder Stadtklub sind, keine Ahnung. Aber jedenfalls, das ist immer eine nette Mannschaft. Teilweise, ich habe keine Ahnung von diesem Klub, wo dieser ist. Ich weiß nur, dass Bayern liegt, aber wo genau von uns, weiß ich auch nicht. Ich kann gerne euch kommentare schreiben. Und großteils ist meine Meinung. Dann, Ansbach kann gerne mir abonnieren. Mein Kanal heißt Fußballfreunde. Kirchenglocke anmachen. Däumchen mit dem Gräumchen und eure Meinungen in die Kommentare reinschreiben. Viel Spaß von diesem Video, lieber Eins, Ansbach. Wir sehen uns dai, glaube ich. Vielen Dank.